mein schlupsi pupsi! bist du bereit? nein! noch mal für 24 stunden nur deutsch zu sprechen! ja, wie toll! oh ich kann kein englisch. okay, lass mich kurz erklären was Sache ist. vor zwei jahren hatte meine mexikanische freundin joss die idee für einen tag nur spanisch mit mir zu sprechen. normalerweise sprechen wir immer englisch von daher hatte ich so manche schwierigkeiten damit. mantequilla derretida. 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 derretida, calentado. es ist, wenn du es nicht warmest und es wird wie líquido. ja, du bist auch líquido. da sie mir das angetan hat, habe ich ein paar wochen später genau das gleiche mit ihr gemacht, nur auf deutsch. sie war nicht so begeistert. willst du dich auf heute, ja oder nein? du bist so doof. was glaubst du, wie wirst du dich schlagen? am ende des tages hat sie sich ziemlich gut geschlagen. aber da jetzt schon zwei jahre vergangen sind, dachte ich es wäre mal ein guter zeitpunkt um das ganze zu wiederholen und zu gucken ob sich ihr deutsch verbessert hat ich habe Aua! ich habe Aua! bitte nimm Platz! weißt du was wir jetzt machen? ja, nochmal das, was wir das letzte mal gemacht haben. für die, die das letzte mal verpasst haben damals hatte ich Joss nach den begriffen für verschiedene küchenutensilien gefragt. einige wusste sie richtig! 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 bei anderen hatte sie keinen plan. kann ich sagen gehen? nee schlange! schlange! warte! schlange! und jetzt gucken wir ob sie vom letzten mal tatsächlich was behalten hat das sind alle sachen die du letztes mal falsch hattest oh ja? ja das habe ich nicht mehr zu sehen doch okay, das ist eine... ich weiß es nicht! oh! trachte! f... f... ein Pfannen... ich weiß nicht, der Pfannenbänder richtig! das ist ein Korkenzieher wow, sehr gut! Korkenzieher das ist eine Suppelöffel ein was? Suppelöffel Suppelöffel Suppenlöffel oh, das ist die gleiche Sache das ist eine Schlampe was? das ist eine Schlampe schlange 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 das ist eine schlange ein Teller ein... was für ein Teller? ein... Untertasse Untertasse die Deckel nein das Deckel nein der Deckel ja das ist immer noch schlecht ganz schön gut hätte ich nicht gedacht, dass du das immer noch weißt Joss hat... warte, ich muss auch sitzen Joss hat in den letzten zwei Jahren ein paar neue Sätze gelernt ja sag mal Käse, das ist ja Käse quasi verdammte Sch... ein Furz zum Schluss ist ein Genuss hey falls du so tolle Frauen kennengelernt möchtest in Tulum als wir das letzte mal da waren haben wir einen Typ getroffen oder gesehen der YouTube Videos aufgenommen hat und er meinte immer hey wenn du Lust hast neue Frauen kennenzulernen dann klick auf den Link in der Beschreibung ich denke es geht es läuft schon besser als letztes Jahr ich glaube auch vorletztes Jahr was denkst du? schreib in die Kommentare ja 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 für eine Sekunde und Joss redet wieder Englisch ja ja nach dem Frühstück hatte ich die Idee mit ihr ein paar Vokabeln zu lernen mit einem guten Einspiel tabu tabu ja ich mag tabu ok auf Zeit ok wie ist die Zeit? wenn ich ein Wort nicht kenne dann gehe ich weiter oh warte wir müssen warten oh man bitte das Ziel bei tabu ist viele Begriffe so schnell wie möglich zu erklären ohne die Begriffe selbst oder die darunter stehenden Tabu-Wörter zu nennen Joss hat das Spiel so viel Spaß gemacht dass sie gar nicht mehr aufhören konnte jetzt ich nochmal nochmal nur einmal einmal du musst nochmal machen nochmal letztes ok nochmal letztes wirklich ich schneide diese Part ähm hat sie nicht ähhh Stella ich kenne die Klinge dich Hälfte der Zeit ist um wenn du intelligent bist bin ich? dann hast du ein großes Gehirn? nein wenn du eine Prüfung machst IQ ja wo gibt es Pinguine? Antarktika ja anderes Wort South Pole auf deutsch? Südenpole ok oh dieser Typ die ähm ahhhh ich kenne die nicht do you believe in love? share 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 das war so schlimm 1 2 3 ich habe aber noch nichts ich kenne die nicht da wollen dass meine... was? wenn du in ein Hotel bist und du in der zweite und du hoch gehen möchtest ja zweiten Stock dann gehst du in Etage Fahrstuhl 8mm der... nein nein aber was benutzt du Fahrstuhl Treppe was benutzt du um sehr oben zu gehen es ist ein Typ der Videos macht mit mit Dinosauriern oh Dinosaurier wer hat die gemacht? nein Hufschrauber oh mein Gott wie dumm bist du warte oh E.T. wer hat E.T. gemacht? das erste was du gemacht ein Lift ja wenn nicht mal oh mein Gott ja ähm ok das war ganz gut oh mein Gott ich liebe Tabu ist so toll ok können wir das noch ein bisschen weiterspielen aber ich habe keine lust stundenlang zu schneiden wie wir Tabu spielen von daher machen wir jetzt die Kamera aus ja das war... ich habe viel Spaß gehabt wirklich wenn ihr möchtet dass wir ein ganzes Video wo wir Tabu spielen hochladen auf Spanisch und auf Deutsch dann schreibt es mal in die Kommentare hey ok so es ist später jetzt und Janik muss meine Haare schneiden vor circa einem Jahr hatte ich Joss schon mal die Haare geschnitten oai aai aai uai aai uai good ui naaa oh mein Gott noooo und da das Endergebnis ziemlich gut war war ich diesmal ganz entspannt und jetzt muss Stitch auf saya aber gut genug so dass sie... ich bin Batman du bist du brauchst du hilfe? auf! okay so jetzt geht's los, wo ist das tutorial? in meinem Handy ah ich weiß nicht wie sagt man das? du musst meine Haare mit einem brush gut machen, weißt du? mit einem was? brush pizzer, jenik wird nur die spitzen schneiden, nichts komisches oder verrücktes also am ende wird es fast genauso aussehen wie vorher ja wir sehen uns später ich habe die vorarbeit gemacht und guckt euch das an, das geht so aber das hier und die linie hier, perfekt jenik ist ganz stolz nachdem ich das tutorial gesehen habe wusste ich genau bescheid so zeigen wir mal, wie macht er das? ich habe schon wieder vergessen oh oh shit verdammte scheiße wow okay liebe leute, ihr könnt ihr sehr gut sehen was wir gerade gemacht haben und guckt euch das an, wie toll das alles aussieht aber gerade geht es ja wohl nicht hier gerade ist nicht hier okay, das wird jetzt ein paar stunden dauern wir sehen uns heute abend hallo wieder erwarten war es doch ein bisschen schwieriger als ich gedacht habe kein problem au au ich kriege einen krampf aber letztendlich fiel das Haar und am ende sah man eigentlich keinen unterschied das war es für heute, das macht dann 100 euro oh mein Gott ich komme nie wieder wow neue person sieht besser aus wirklich? es fühlt sich gut guckt euch dieses layer an hier wenn das nicht professionell ist, dann weiß ich auch nicht sehr gut ich mag es sehr schön fertig und jetzt geht die sonne gleich unter jetzt ist es dunkel draußen so hallo der tag ist fast vorbei und jetzt haben wir noch eine sache vor uns und das ist workout trainieren ja was machst du heute? heute mache ich HIIT workout ich bin jetzt eine fitnessfrau und ich folge ein programm von Whitney eine youtuberin von den USA und ich werde heute HIIT workout machen damit wird mein metabolism schneller viel wasser wird raus kommen ja ok, wo denn? mit meinem kopf ich mache sport jetzt tschüss ja warte ich bin auch da du guckst ich guck dir nicht zu nein ich mache mein eigenes training ich mache heute muskeltraining, oberkörper und hier haben wir unser tolles homegym und das ist wirklich schlecht das ist jetzt DIY ein DIY-Video wie du dir dein eigenes homegym erstellen kannst super Jannik, super! weil das nicht lang genug ist brauche ich noch ein paar kissen sowieso groß und jetzt? wow perfect wow perfect und? und? unvermächbar oh man ich bin so kaputt Leute ich stinke und nein nein ich habe viel Wasser das raus kommt in meinen Kopf und in meine Armpiten Armpiten was machst du komischer Mann? wie fandst du es heute deutsch zu sprechen? ich muss sagen ich muss sagen ich habe es nicht so schlimm gefunden als letztes mal wie letztes mal? ich habe viele Fehler gemacht ich fühlte mich so komisch vor der Kamera vor der Kamera und jetzt fühle ich mich viel besser ich glaube du bist ziemlich gut das habe ich schon vor zwei Jahren gesagt dass du richtig gut bist obwohl du immer gesagt hast nein ich kann gar kein deutsch ich habe alles verlernt ich kann nichts mehr ja vielleicht das ist das letzte Video wo ich für 24 Stunden Deutsch rede in zehn Jahren machen wir noch mal ein Video stell dir das vor wir sprechen Deutsch für 24 Stunden mit unserem Sohn ooooh oder unsere Tochter stell dir vor also Leute schreibt mal in die Kommentare wie das Deutsch von Jobs jetzt ist ja ja das wollen wir nämlich gerne wissen wir sehen uns wieder bald wieder bis dann Leute adios muchachas tschüss bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann